Okay, ich hab's mal anders überlegt, ich nehm doch nur eine Folge auf. Dann werde ich... Nein, Uni, du musst hier bleiben und vorbereiten für das Schlimm, nur in der Fall. Oh. Good grief, Noir. Da geht's, immer wieder so schwer auf Uni. Chill out. Sie ist richtig. Wenn du Dinge so sagen kannst, du nicht mit ihr sehr gut kommunizieren. Uni, hör mal. Noir versucht nicht zu sein. In dieser Welt, in dem wir nie wissen, was passieren wird, Sie sind alle diejenigen, die wir betrachten können, um nach und schützen unsere Haus. Lan's Explanation ist super einfach zu verstehen. Hey, Ram, wir machen unser Bestes, um unsere Haus zu sehen. Ja, wir machen unser Bestes, Ram. Genau. Also, du gehst auch Dinge, Uni. Okay. Okie dokie, dann, Isti. We'll be back in a flash. Understood. Everyone, please be careful. Gigi, what's wrong? I don't really get it, but I've just got a really bad feeling. I hope Neptune and the others make it back safely. You're such a worrywart, Nepgear. All four of our sisters are together. No matter who their opponent is, they won't lose. Now they have their super cool and strong and amazing form, after all. If you're really Neptune's younger sister, why can't you be a bit more optimistic? Y-you're right. I'm just worrying too much. Hmm. Ugh. Juni! Uh, um, the night sky's so pretty, and I thought I'd go look at the stars and… There's no way you'd have such romantic hobbies. If you're gonna lie, try to come up with a better one than that. Hmph. You're gonna go after them, aren't you? Yeah. I just have this awful feeling. So, Yuni, don't tell. Then I'll go too. Huh? I don't trust letting you go alone, so I'll come along with you. Thank you, Yuni! I-It's nothing to thank me over. It'd be a pain if you messed up like when you got left in the Zero Dimension, too. Hmph. Still, thanks, Yuni. Oh, but if we both go, won't it cause a panic? We're not planning to be gone long, so I don't think we need to worry. If you're still worried, why don't you stuff your bed with pillows and leave the note, I'm sleeping early today, on your door? Oh, that might work! Wait just a second, I'll go get ready. Guys, all there's nothing to do with the Okay. What? D-Diversion Passageway. Alright. Was ist hier? Das Kolosseum. What? Oh, what? Damit ich auch ja viele Viecher über den Weg laufen kann. No more places, okay. No! It's fine. Das scheint alles so nebensächlich zu sein. Die geben einem auch nicht wirklich Sachen wie in den letzten paar Spielen, von daher... Oh oh. I have a bad feeling. Dr. Dr. Neb. It's got healing effects. Shuck it. Gluck, gluck, gluck. Wuhh. 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 Was macht... Ich muss es leider beprüfen. Zum Glück ist Lienbox recht nah. Ich hab's geahnt. Oh Gott, dieses Zimmer. Ich hab's... Ich hab's... Ich hab eigentlich gehofft, es niemals wiedersehen zu müssen. Meinsch, meinsch, meinsch. Wuhh. Huh. Ich hab's geänt, es sind aber auch nicht zu Hause, wenn sie mehr verletzt haben. Ich hab's geänt! Ich hab's nicht geänt. Ich hab's geänt. Okay. Äh. Hm. Aber es wäre immer noch derselbe Kuchen, nur die Form wäre anders. Oh, okay. You do you, Vert. You do you. Ups, Castello. Oh, nein. Okay. Okay. Nee, ne? Wir haben ihn getaggt! Wieso ist Blau überhaupt in der Nähe? Oder ist sie all den Weg von Loey hierher gespurtet wie der Flash? Das ist ein All-Out-Boop-War. Just make 4 CPU-Sizes. Das heißt, ich muss jetzt die anderen Städte auch alle überprüfen, ha? Hier war ja nix mehr, ne? Ne, aber sind vielleicht neue Quests aufge... Oh my goodness Alien Squid Alpha Das sind alles neue Quests? Are you kidding me? Are you kidding... Okay Die hab ich schon mal gemacht Und die hab ich auch alle schon mal gemacht, ne? Ja, okay Oh my god Oh my goodness Ich hab ne B-Level-Quest Das ist so heftig Let's take a good hot... Das ist die falsche Taste Let's take a good hot look at the map And... Oh, what's this? Oh my god Die Yasol Ähm... Ich glaube nicht, dass Vieh ich platt kriege? Fragezeichen Ich mein, ich kann's off-camera versuchen, aber... Und ansonsten hab ich hier nix Okay 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 Holen wir uns die... Holen wir uns die Cut-Team vom Colosseum Und dann sehen wir uns die anderen Städte nochmal an Are you kidding me? Oh, so you are my opponent Oh For all your help Yeah, yeah, yeah We know Can't we just hang out here? Da 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 If you're victorious, we'll be rewarded with items and credits There's no disadvantage to losing You won't get the game over Okay Let's give keine cutscene Okay, ich könnte zwei sogar schon machen. Angel Nurse, Analyzer, Mr. Cat, Green Dot, uh, super rare. Squirt Cap, Platinum Tiara. Oh my god, Weapons! Moment mal, wieso ist... Okay, get the painting. Okay, das kann ich ja mal bei Gelegenheit ausprobieren. Die müsste ich ja hinkriegen. Theoretisch. Aber nicht jetzt. Wir müssen, äh... Wir müssen Gespräche suchen, von daher... Ah... Should be good for a warm-up. What shall I do? Who's next? Now who's my opponent? Didn't think you'd be this weak. Don't underestimate... Okay. I choose you! I'm tired. Ah! Okay. Okay. Sounds good. Don't call me that. Call me like Nepodon or Neprina or... Vogel... Vogelwald? Ach so. Oh, Neprina der Vogelwald. What? Ich hab nicht mal ansatzweise eine Ahnung, auf was das eine Anspielung sein soll. Okay, cool. Okay. Okay. Yes, I'm done! Das ist ein super Nep-Shooter-Prototype. Es ist echt eine Waffe, die... Okay. Come on. Ähm... Fire! Aber... Ging es nicht darum, eine Waffe zu bauen? Ja, das ist Neptun. Hey, wait! Mach! Ja, ich hab. Oh! Ich habe hier eine Waffe. Ich habe hier keine Waffe. Oder ich habe hier, dich... Nein, ich habe hier. Huh. Oh. Business. Oh. Um. Okay. Yes, was sind seine Schwächen? Okay. Nächster Versuch, Noah. Oh. 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 Das ist 10. Okay. Kukui! Come at me! Kui! Come at me... Nom 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 nom... Kukui! Kukui! G-Give up! Oioioioioioi! Kukui! 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 Oh, crap, me too! Nooooooo! Tja, das hat ja nicht so gut geklappt mit Abaddon. Ups. Okay. Na dann, nur noch Louie! Watschel, watschel, watschel. I am sick of this. I'm underestimated it, Dean. I'm more than enough. What a wimp. Easy. There was no need for... Nice legs, I guess. Uh, can't we just hang out here? I'm home! Na dann, was haben wir hier? Haben wir hier überhaupt was? Wir haben ein paar Sachen, aber nix allzu wichtiges. Yeah, wahrscheinlich. Wait a minute. Was? Mir fällt gerade was ein. Wo ist Blanc? Also die Katze, die Keisha und Noir hatten. Wo ist Blanc? Wo ist die Katze? Naja, egal. Äh, mit Blick auf die Uhr. Schätze ich mal, kann ich hier wieder beenden für eine Zeit. Ich werde mich jetzt vielleicht sogar daran setzen. Ja, Soul. Ich kann hier nach dem Voraussetzungen für die... Ich kann mich um die Voraussetzungen für das Item kümmern. So, yeah. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denn. Diesmal wirklich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.